und da wurde ich vom Stil weggeschmissen also ich bin hier drüben, ne? ich kann ja nicht, hä? okay, dann hol ich das Papier oh schon mal das dritte Papier ich kann ja auf die Kiste zugreifen, das leeg das dritte Papier Hint, das dritte Papier ist unter Wasser haha, dankeschön Incompetent Leute, warum bin ich nicht abgesprungen? Alter, ich seh nix Oh man, es hätte mal schneller rausfahren müssen Oh jo Alter, was ist denn das? Ich springe hier doch ganz normal und warum springt er da nicht mal einen Block? Kalt Also das gibt's nicht, ich weiß nicht was ich weiß Boah, der Sprung aus Schwerte letzte Was heißt? Puss? Nee Leute, hier ist ein falscher Baumstab verwendet worden Alter Bist du nur so? Ich schaue doch beide mit einem Mal die kommen genau Exakt Ja, ich weiß nicht was ich weiß nicht was ich weiß nicht Weil du wartest auf dem einen Block Schreie einfach weiter Ist das alles einer Sprung? Ich weiß nicht was ich weiß Du darfst doch nicht sneaken, einfach weiter Ich sneaken nicht Ich hab mal Ich schieße doch Alter Es sind einer Sprünge, es ist so peinlich Es ist so peinlich Sollte es auch sein Sooo Oh Mann Wieso bist du nicht weiter gesprungen? Ich bin weiter gesprungen, dann hat's bei dir geleckt Ich bin nur zu schnell gewesen Du bist echt behindert, oder? Warte, ich brauche wieder Konzentration Mann Konzentration So 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 Warte, ich weiß nicht Es ist ein scheiß Heiner Sprung Also es ist eigentlich ein Zweier, aber trotzdem Was mache ich denn? Warum höre ich nicht auf zu sneaken? Ich komme mir gerade echt behindert vor Wie so ein PickleCard Minecraft anfängt zu spielen Alter Was darf? Wie noobig muss man denn bitte sein So Äh? Das war jetzt einfach safe So Was war daran bitte jetzt nicht schwierig sein? Jetzt kommt die Schwierigkeit Jetzt nochmal diese Piss-Sprünge Kann ich nicht überspringen? Die kosten an Jetzt mach ich das so, weil irgendwie kriege ich es anders nicht geschissen Mann Du bist ein kack nu Du Ich weiß nicht warum Ich geh immer weiter Ich geh immer weiter Ich geh immer so um 21 Uhr Nicht dass das jetzt das letzte war und jetzt dass der Reward kommt Ne Oh alter 5 Papers Warte das kann bei mir noch ein bisschen dauern Ich muss mich erst wieder selbst finden Warte das kann bei mir noch ein bisschen dauern Ich muss mich erst wieder selbst finden Ja Soll ich jetzt schwierigen Sprünge? Natürlich Ja natürlich Einfach ein Piss-Sprünge Du gehst links lang Ich geh rechts lang Hast du wahrscheinlich schon besseren ausgesucht oder was? Ich hab's mir noch gar nicht angeguckt Nur gesehen dass es 5 Papier ist Okay Ich nicht Hey das ist mein Weg Ja Also ich bin sehr erfolgreich mit zwei Paper Hab eins Ich hab schon mein zweites Nein spinnen Warte Ich bin einfach zu dir ja Warum soll ich mir Wolle machen? Keine Ahnung Wolle davon draufschmeißen, ne? Ja, Wolle oder weißes Halt Halt Einhandverkampfgrad Okay, so wie das geht Ah, da hinten ist noch eine Kiste gehen wir noch mal kurz rein, bitte Ich geh mal schon mal weiter Kann man Kann man hier Kann man hier wieder zurück Ich will wieder einfach wieder zurück Ah, ja Warte mal Und gerade so irgendwann wieder in dieser Sprünge zu schaffen Alter, was ist denn das? Glaub, die musst du machen, ich krieg die nicht hin Ich geh doch nach vorne, warum geht denn das nicht? Was machst du denn, du? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Wie er denn kommt denn sein Schon die ganze Zeit irgendwie Das sind normale Sprünge Hä, ich hab jetzt alle fünf Hebel Hä, ich hab jetzt alle fünf Hebel Und ich hab doch mal einen Zweiersprung nicht Ernsthaft jetzt Hä, ich hab alle fünf Hebel, lass weiter mal Ja, warte Ich will jetzt einfach noch gucken, was hier oben drin ist Was war bitte jetzt die Schwierigkeit daran? So, ich hab drei Paper Hat schon geklappt mit zweien Egal Wenn das gepasst hat Wenn das gepasst hat Ist denn nicht da, dass man nicht, ähm, welche mehrmals benutzen darf Kommst du? Ja Ich will es nicht manchmal krisen Try to go into the water Oh, richtig schwer Kompetition Bist daneben gesprungen So, Seite Wie lange wollen wir aufnehmen eigentlich insgesamt? Rocky Caves Weiß nicht Naja Sind wir jetzt bei einer Stunde sieben Lass noch ein bisschen Ich hab noch Lust Äh, Rocky Caves Äh, der 19, ne? Die ist hier in die Richtung Da hinten ist er Oh Sie sagt mir was Hier Ach, das ist er So viel Kultart Warum sagen die irgendwie alle Challenges was? Gn die alle nicht Das ist wie sie Wanns es Stage 1 Deep Once you are in You cannot get out Hier Vielleicht haben wir mal ein bisschen gestript mal Where are you? Deep under the ground Let's go there Stage 2 Two levers Level 1, Level 2 Dann geh ich zu Level 2 Slow down Hope you have full armor Ja, wir machen beide beides Komm mal lieber hier zu mir erstmal Teleport ich zu mir mal Weil das Nein, das sind größere Teleportiert mal zu mir Warte doch mal Ich bin doch schon mal Nein Alter, ich bin schon übel weit Ich hab schon die Test Ich auch Wir müssen auch beide beides machen, sonst ist es scheiße Dann geh zurück und mach Challenges Ach du doch Ich geh zurück einfach So Bin jetzt zurück gegangen Vielleicht war denn deine, bitte Meine war überleicht Einfach nur ein bisschen um Lava drum rumjumpen Lol, was? Ja, ne ganz andere Okay War das jedenfalls die schwierigere Muss meine nicht machen, meine ist echt easy Turn around Boah, ich werd bestimmt gleich fail To look at it So So Nein Oh, würde ich jetzt im Singleplayer sein, würde ich einfach zu der Stelle zurück gehen Ich bin drei Sprünge weiter gefehlt Leute, Leute, warte, 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 warte Boah Alter, das hat ein bisschen gebackt gerade Den hier, oh ja, das kann ich nachvollziehen Oh First try Boah, Alter Ne, der Die hier war einiges schwieriger So